Guten Morgen, Niko. Guten Morgen, Tiger. Ich frühstück? Ja, ja gerne. Moment. Unser KitKat-Vorrat geht langsam zu Ende. Nein, nein, bitte nicht. Okay, kein Problem, wir sind ja reich. Also, ihr geht einfach in den Laden und auf der anderen Seite des Dorfes und kaufen uns doch welches, okay? Gute Idee, ich habe gehört, da gibt es eine neue Sorte. KitKat Premium. Wow. Das muss ich mir sofort kaufen. Nice, lass uns schnell dahin gehen, bevor alles aufgekauft ist. Okay. Ausrüsten. Ey. Ja, also stimmt. Okay, wir setzen Halt, Halt. Wir setzen an Cup, also. Ja, ja. TNT. Ich habe alles, ich habe alles. TNT? Was habe ich da gehört, TNT? Hm? Hm? Wie? Komm mal runter. Wie soll ich das anstellen, wenn du immer an dein TNT denkst? Okay, dann nehme ich halt nur das Geld mit. Ah, ich guck mal. Da. Geld? Geld. Komm jetzt. Nein, ich muss noch das Geld holen. TNT. Nein, okay, habe das Geld. Dann. Dann. So geht es jetzt zum Laden genau? Ich glaub hier. Hier. Nein, hier. Hier. kann sein kann sein dass ich glaube ich habe auch noch mal diese tür geht nicht auf ach man tiger das ist eine neue da eine der neuen automatischen führen die gibt es seit der neuen version also wo ist der nur dieses verdammte kitkat premium ich glaube da lang hier vielleicht sein aber mussten ja wie viele nehmen wir ja okay ich nehme preis text und ich muss noch an mein geliebtes tnt kauf ein stack okay hey hallo womit kann ich dienen wir möchten gerne mit kitkat premium kaufen und tnt na dann legt alles auf das super mega automatische super laufwand dann geht alles automatisch das funktioniert nicht okay ich habe ich habe ich habe noch und nur noch auf den knopf drücken wer drückt ich oder du ich bin drücken okay wo ist die beste technik heutzutage was so viel kauft ihr ein wo habt ihr denn das ganze geld her youtube verdient genau die mich kommt was sagst siehst du denn da ok dann zeigt mal eure youtube kanal naja das ist nicht so viel dann muss ich euch wohl mitnehmen das ist eine schuld jetzt ok dann kommen wir jetzt mit da darf ich es mitnehmen das gibt gar premium ich leckte das ist seitdem wir wollen später er wird später erklären den Lappen nach dem die Verkaufung im Laufe der Partie die Wettbewerb der Gewinn bleibt die König so wir sind da hier werde ich zeigen jetzt ich weiß das besser das krägte ich habe ja okay wenn du das so wie es kommt da eben bei nico und welche zelle muss ich du kommst in diese zelle okay so eine schlaf ich hatte ausgleich mein gott was soll das denn ich dachte es war nur ein traum ich muss sie raus ich muss sie raus ich muss sie raus was da ist er aus aber dann haben wir mit ihr in die gummizelle ich habe mir da was ausgedacht ich habe das gefängnis mitgebracht ich dachte mir schon dass ich eines tages hier lande und deshalb habe ich einen fluchtweg gebaut ok also ja ich bin bereit polizist moment ich komme ja gleich wo ist denn hier die toilette mit ich möchte ich muss auch aufs hier hinein ich muss warten rein da ja okay ich gehe jetzt okay und action das ist wichtig ich weiß nicht so okay und jetzt schnell 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 ausrüsten okay okay ich bin ich bin ich muss kann ich gut spielen und jetzt den machen wir platz ja danke das war ein bisschen leicht nico zwei jahre das ist ein wachmann des gefängnisses von zwei unbekannten getötet der youtube-kanal gegen kraft 3 0 0 1 gibt es eh noch wie ich bin aber schlecht frei gott dieser redaktion heutzutage hat seine 41 abos erreicht jay wetter und sonnig nein 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 nein